so willkommen zurück bei der aufnahmesession mit hubi da ist er immer noch den krieg ich einfach nicht los und wir haben uns jetzt gedacht wir gehen jetzt mal kurz in den nieder weil ich habe das letzte mal schon gesagt hier niederfestung und so hat mir ja schon gesehen genau allzeit bereit zu zweit macht das dann auch mehr spaß ich habe auch noch die sich bitte bogen 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 da brauchst du ein bogen und pfeile wo wir pfeile bekommen weiß ich aber wo wir bögen herbekommen weiß ich auch da müssen wir eigentlich auch monstervolle xp fall 24 pfeile eine ganze da drin lassen pfeile haben wir da drüben genug ja ja bogen habe ich jetzt komplett vergessen wir haben so ein bisschen was vorbereitet ich habe zum beispiel noch die sieg touch mit dabei noch ein bisschen erde und so hier fehlt auch noch ein weg so wo sind sie da sind sie da bin ich irgendwo war noch ein loch da war es verdammt schon wieder vorbei ja ja genau hier sind bögen drin hier sind pfeile drin hinter alles was du brauchst dann geht's auch in den nieder auf zum atem und zum sterben das war eigentlich so eine so eine auch zum atem von von simpsons kennst du nicht okay gut ja gut guckst du kein simpsons ne okay gut ja ne pass ja also nicht so gern ja so gut als niveau das ist naja nicht so meins ja da lässt sich jetzt drüber streiten als ich finde simpsons schon ziemlich ja also niveau voll vor allen dingen auf dem auf dem gebiet her was jetzt betrifft was das jetzt betrifft gegen den ganzen politischen spitzen die sie da raushauen aber ja gut je nachdem wie man das sagt dass sie eben auch fassen tut ich rede mich hier kann man wieder um Kopf und Kragen aber das ist mir von mir nicht anders gewohnt und er sagt gar nichts so ist er ist er ist einfach ruhig so kommen sie rein und so ein kommentiert im nach oben stehen ja genau so dann gehen wir hier mal durch ja der Brutalraum steht ja hoffentlich noch ich höre sie schon einen garstigen Gas einen garstigen Gas ja wo wo keine Ahnung naja aber wir können ja noch ein bisschen Quarz mitnehmen bloß keine Schweine hauen du sagst sie ja ne ja machen so viel damage ja und das nicht zu knapp da alles schön dabei ist wenn du Quarz fahrst du kriegst dann kriegst du ähm was denn hörst du auch zwei ja ja ich hab auch zwei gehört oh je äh da hinten ist einer wo auch ist es zu weit hoch über auch überlegte ich habe es für siebenmal probiert doch dann geklatscht aber ich weiß nicht mehr wie es funktioniert hat ja das ist kein Problem du musst es einfach nur aufnehmen als OGG Datei abspeichern und dann in den Ordner reinklicken glaube ich den will ich jetzt haben komm her kleine Träne von dir auch nö oder direkt über der Lava wahrscheinlich wieder abgestürzt das Ding ja natürlich natürlich und den kleinsten Seher sich ausgesucht naja wenn wir schon mal hier sind ich glaube da hinten ging es zu der Stelle wo ich den Glowstone gefahren habe oder ne da oben war das ne da oben ja ach du kursst meine Let's Plays ja ja wirklich ja achten müssen da und so wird das Aua Nord kurz noch gewünscht er hat bei Kementen er also auch richtig um gut zu tun hat kommt es war eigentlich das spiel mit dem ich groß geworden bin ich habe die festung wieder gefunden wo bist du weit weg ja, merke ich, seh dich nicht ja, ich seh dich fest dann ok, die hast du auch noch, hast du gesagt, ne? ja, ja ja, zwei stück ich habe einen ich habe einen ja, habe einen ja, habe einen so, wie komme ich jetzt hier runter? alter Schwede du hast nur Träne echt? ja doch doch wie geil ist das denn? da schick, schick, schick ja, hättest du ruhig eins haben können ah, so, Träne ne auch nicht da, da ist nochmal eine doch hoch eh wunderbar, wunderbar und runter und nix abbauen hä das ist nur eine wie, was, hä? nur eine Etage, oder was? ja so, glaube ich ich nehme trotzdem mal ein bisschen Soulcent mit ich brauche mehr da ah, guck mal hier, schöne Festung mal gucken, was die, was die Mietpreise sind dum 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 hallo? bist du da? ah, da, da kommt er ja, ja wunderbar so, wir kommen jetzt knapplos rein hm einfach aufschlitzen ja, aufschlitzen ja 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 es ist ein bisschen dunkel jetzt wahrscheinlich aber das haben wir gleich so ... das ist hier nichts Nietverwärzen ah, super, 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 super super, 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 super super, 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 Mireme alle mit oh oh, ich bin ein Skelett äh, da ist nur Ruhe und da auch aufmachen, mitnehmen. Uah, wird da ein Skelett. Nein. Kohle. Ähm, mal für dich noch als Info. Goldene Pferderüstung. Mhm. Trotzdem für dich noch mal als Info. Äh, ich mach die Fackeln immer links. Ja? Für den Heimweg müsste es ja dann auf der rechten Seite sein. Oh, nochmal, niederwarzen. Sehr schön. Ich hab ne goldene Pferderüstung. Oh, ich hab nur ne eiserne. Aber dafür noch einen goldenen Hanisch. Oh. Hm. Da schauen sie, ne? Ja. Ah, da ist er noch. So. Schön überall noch die Fackeln verteilt. Die sich ja gar nicht verirrt. Allzeit. Gut, hat's geschmeckt. Doch, glaub ich. Okay, hier ist nochmal ein Ausgang. Gehen wir nochmal rein. Vielleicht finden wir noch einen Blaze-Spawner. Das wär jetzt natürlich das Highlight. Ups. Hm? Äh, Maulzeit. Ach, 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 ja gut. Ja. Das sind eben die Sounds. Ja? Ja. Nee. Doch. Wollten eigentlich herkommen, um, äh, das zu farmen. Close times, oder? Da ist noch ein Wind. Ah, noch ein Wind. Ja. Wo? Gewesen. Ah, da. Ja. Das ist ja auch seltsam hier. Ja, super. Das war die Spitzhacke. Ähm, da wären noch Nietzterratzen. Ja, als mit, als mit. Hallo. Gut. Alles, was nicht niedennagelfest ist, wird mitgenommen. Außer, außer Schweine, die nehmen wir nicht mit. Ach, guck mal hier, da geht's noch eine Treppe runter. Äh, das hier. Das läuft ein bisschen, ja, komisch hier. So, jetzt ist es gleich weg. Sehr schön. Genau. Äh, komm, das machen wir zu. Das braucht kein Mensch. So, Pilze. Ja, schön. Äh, Glastons. Was? Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, kann man immer gebrauchen. Und ein Blastbonnet da hinten. Wo ist? Alter. Schau mal los. Wither, 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 hinter dir, hinter dir. Ja, brö. Ich war von dem Küken mit dem Picnic so fasziniert. Ja, 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 die gibt's so. Wö? Alter, was ist das denn? Das ist ja mal krass. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin schon. Sieht wirklich cool aus, ja. Ach, wie geil. Hä? Oh, Wunder, Wunder gefallen. Bloß nicht hauen, ich sag's dir. Ja. Oh, ich habe eben gedacht, da steht ein... Oh, ich habe mich eben so verjagt. Ich habe gedacht, da steht ein Picnic. Ja, ja, ja. Schön, schön. So, komm her. Hier auch. Alter, das Hühnchen hier im Meter. So, hast du den Glaubstown, ja, ne? Ja. Gut, jetzt gehen wir mal zum Bass vorne. Uäh. Warte. Ohohoho. Ohoho. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, das war der erste. Oh, scheiße. Ohoho. Keine Absicht. Ach, scheiße. So, waren es nur die zwei? Ich hoffe. Äh, ja. Na, verdammt, ich brenne. Du auch. Boah. Boah. Wo ist denn der? Nein. Uäh. Boah. Ah, so. Boah. 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 Goldschwörten Golden Nucket. Okay, komm. Gewin. Bis reicht es mal.